Wir können starten, ihr hättet auch, ihr hättet auch schon startkönig, ich hab nirgendwo irgendwie, wir wollten erst mal warten, bis du antwortest. So. Und damit herzlich willkommen zu Among Us, Spiele, die ich normalerweise nicht spielen würde, die ich trotzdem spiele, mit diesen Hallo-Tries, mit diesen 10 Hallo-Tries. CMS ist momentan eher weniger zu hören, obwohl, nun, ja. Oh, Henrik ist langsam unterwegs. Und zack. Ufos ist bei mir. Bei mir. Sind alle sind bei mir, und die dürfen jetzt mich nicht verlassen. Ah, sonst hab ich ein Problem. Und ich hab gerade noch gesagt, du hoffentlich verlässt mich keiner. Interessant, wie alt, da waren, also gerade im Elektrikel, waren Fluid, CMS. Und Mitner, und Mitner, der war dann plötzlich nicht mehr da. Der ist an, ich wollte nämlich fix it light, sorry, ich wollte nämlich fix it light. Äh, fixen, und dann, äh, ist mir Mitner entgegen gelaufen, als ich nach oben gelaufen war, der aber nicht mehr da. Also ich kann Rufus komplett entlasten, im Endeffekt, Rufus war mit mir in O2 und danach mit mir in Navigation. Ja, das kann ich auch, das kann ich gerade bezeugen, weil ich bin nämlich gerade in Navigation reingekommen, da waren die beiden oben, recht oben, oben, rechts in Navigation. Ich kann das für die anderen beiden auch bezeugen. Und ich hab, äh, euch auch noch in Navigations gesehen. Ich war ja kurzzeitig drin, hab Yuki gesehen, und dann kam Emon und der Rufus rein. Ja, dich hab ich auch ganz kurz gesehen, stimmt. Gut, also dann zurück zu dem, also Freelancer war bei euch. Ja. Ja. So. Und mit noch. Dann hat er mindestens die Leiche. Was ich interessant finde, ist, CMS sich immer noch gemutet hat. Sorry, ich höre euch ganz entspannt zu. Ich versuche gerade, das Pinkel-Gen zu unterdrücken, weil ich muss gerade... Ja, dann machen wir gleich noch die Pause. Ja, weil ich, 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 ich halte das gerade eigentlich nur zurück. Der Muster soll bitte CMS als nächstes töten. Ja, bitte. Ihr seid unfair. Mitner, was hast du zu meiner Meinung nach? Mach mein lieb, CMS im Muster. Könnten wir mal bitte Mitner fragen, was er zu meiner, äh, zu meinen Satz sagt? Ja, was? Ja, ich bin eigentlich sofort rausgegangen, als du noch meine Aufgabe hast. Bei den anderen, weil ich nicht für den Fluch eigentlich. Ja, aber warum hast du... Ich für den Fluch eigentlich nicht saß, weil er, weil er das Leid gefixt hat. Und die Leid startet da. Ich, ich wollte, ich wollte zu fixen, Leid kam davon um, weil ich da drei Aufgaben hat, äh, drei Aufgaben wie vorher Yuki, äh, Yuki. Und dann kommt mir Mitner entgegen und läuft da ans Leid vorbei. Und Flobolds Bauchgefühl brauchen wir auch gleich. Hey, warte mal, wie kommst du auch nicht? Ich war doch gar nicht. Flo-Echse verarbeitet noch irgendwo. Ich bin jetzt mal kurz auf dem Klo, ne? Ja, ich weiß nicht. Wenn ihr so bütig seid. Das nenne ich Bauchgefühl. Yuki, ich hab dich jetzt nicht gesagt, ich hab Mitner gesagt. Ich war aber, ich war aber, ich war da gar nicht. Ich hab auch niemals geraten zu da bist. So, weiter geht's. Äh, äh. Gut, äh, Flui war da unten. Flui war da unten. Flui ist da. Flui ist da. Henrik ist da. Flui ist da. Henrik ist da. Äh. Ich trau mal. Henrik hat ja gesehen, dass ich hier danke. Und runter. Und wieder hoch. Und wieder rein. Und um. Sind so weg. So, ZMS ist da. So. ZMS ist da. Und ... ... Juki ist noch da, Probinator ist noch da, Juki ist noch da, Probinator ist noch da, Probinator ist noch da, Probinator ist noch da. Ach Gott, ich muss immer wieder diese doofa eine Aufgabe machen. So, datatatat, komm, komm, komm. Juki ist noch da. Juki ist noch da. Henrik ist tot. Hi, ich bin wieder da. Die schwarzen Hosen, die lagen gerade in Electrical. In Electrical, okay. Flui war bei mir in der Nähe. Irgendjemand hat mich auch gesehen, wie ich mich bekannt habe. Das kann ich auch bezeugen, dass Flui und Iman da gerade oben, Iman, du warst ja gerade hier in... Security. Ja gut, wo ich die noch gesehen habe, da warst du noch in Reaktor. Ja, davor war ich, genau, dieses mit den Simon Sassys. Genau. Da war dann auch Probinator auch in dem Raum und ist dann rausgegangen und du bist reingegangen. Ich muss sagen, ich kann Probinator größtenteils eigentlich safen, weil er hätte mich so oft killen können, hat es nicht gemacht, weil wir sehr gleiche Tasks gemacht haben. Vielleicht aus Mitleid. Na, na, Auberfest hat mich getötet. Was haben denn Midna und Flobold gemacht? Mhm. Das ist die ganze Zeit rumgelaufen, weil ich habe jetzt mit meiner Augen eine Aufgabe fertig. Ich hatte Simon Sassys gemacht. Warte, warte, wo hast du das gemacht? Simon Sassys habe ich gemacht, da ganz links rum. Ja, aber da war ich auch. Ja, warte, wann hast du das gemacht? Genau, die Frage ist, wann? Weil ich war da auch. Ja, das ist jetzt schon etwas länger her, aber jetzt bin ich nämlich da. Ja, gut, habe ich schon. Und wenn es etwas länger her ist, dann kann das hinhauen. Ich sage noch immer, Midna, Flo. Ja, ich tendiere jetzt langsam auch da stark dazu, weil, wie gesagt, ich war die ganze Zeit an der Ecke. Warte, wir haben noch 40 Sekunden, Flo. Midna kann ich nur sagen, ich habe eben noch an der Kanone gestanden und dann hat er mich halt passiert. Also, ich stand da ganz allein. Kanone? Wo, Kanone? Weapons, schätze ich mal. Ja, aber das wäre ja genau auf der Gegenseite, wo Midna Flo gesagt hätte, er wäre da gewesen, wo ich nämlich mit Flui gewesen bin. Das ist auch an mir vorbeigelaufen. Ja, aber das wäre ja dann komplett auf der anderen Seite. Aber immer nicht, ich habe auch so das Gefühl, das war eine lange Runde, weil ich war ewig lange Schiff. Ja. Ich habe doch keine Ahnung. Aber halten wir einfach mal mit noch ein bisschen im Auge und dann ist gut. Ja. Das sind schon wieder die drei Seiten. Drei Imposter. Das wäre es natürlich. So, usen. Wups, fertig. So. Wups, die sind da. Also, ich behalte mal Flobert ein bisschen im Auge. Da. Ja. Bin, da, ah. All right. Bobert. Luki ist da Ich habe sowohl Fluis als auch Rufus Hosen Links gefunden bei Simon Says Der Einzige, der bei mir in der Nähe war, wäre Imon, allerdings ist er auch an einer verschlossenen Tür hängen geblieben Genau, und deswegen bin ich wieder zurückgegangen in Richtung Cafeteria, dann runter zu Admin und Admin war Yuki Genau Da hat er mich einfach nur so angeguckt Genau, ich habe meine Aufgaben nämlich fertig Ich habe meine Aufgaben fertig und habe gedacht Okay, einen beobachte ich Einen gucke ich mir jetzt an und habe ich mir gedacht Yuki, gucke ich mir jetzt mal an Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid Ich war doch gar nicht in der Nähe Guckt euch da an Imon so an Imon? Yuki war gar nicht bei uns in der Nähe Wie gesagt, der war im Admin Der war im Admin Floboi, Imon stand Wo ich gerade mit Downloads fertig war Kurz bevor der Report kam Stand Imon vor Admin Und hat mich einfach richtig creepy angeschnallt Genau, mehr habe ich nicht getan Floboi, du bist oben Zwischen hier Mad Bay und Upper Engine Bist du mir entgegengekommen Und bist weiter, weil die Tür da zugegangen ist Bin ich hier halt in die andere Richtung In der Cafeteria und runter zu Admin Wie gesagt, zu Yuki Ich kann nicht sagen, ob du die Tür hinter dir zugemacht hast Oder ob du da kurz auf mich gewartet hast Das kann ich nicht sagen Also Fakt ist jedenfalls Hätte immer mich töten wollen Hätte er das schon längst tun können Weil der stand da nämlich eine gewisse längere Weile Weil gerade, wo ich den Download gestartet habe Habe ich dann nur so ein paar Füße da unten im Bild So ein bisschen entspannten die dann auch Erhört mein Bauchgefühl Ich sage CMS Aber was auch sehr interessant ist Ist, dass Floboi hier wirklich gegen alle gerade schießt Das interessiert mich jetzt auch Aber andersrum Andersrum, wir haben von Anfang an auch mit einer Flo im Visier Ich will nur noch mal sagen Wir haben von Anfang an im Visier gehabt Und Floi, glaube ich, war der Erste, der im Visier hat gesagt Ja, und Floi ist tot Und Floi ist tot So, ich sag mit noch Ich auch Ich bin immer noch dafür, dass mit einer Flo das war Ich denke CMS hat seine Finger auch irgendwo im Spiel Weil sonst könnte er nicht so entspannt seinen Charakter zurücklassen Mitten in der Runde Nein, das hat Robi vorhin auch gemacht Das hat Robi vorhin auch gemacht Hm Hm Ich habe doch Vertrauen in euch Das waren doch fünf Leute, ne? Hm Ja 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 Vielen Dank. Gucken wir mal, was die anderen gesagt haben. Wir wissen ja jetzt, wie das endet. Also ab sofort jeden Rausvoten, während der auf dem Klo muss. Das ist unglaublich. Mit Mitner Flo hatten wir die ganze Zeit recht. Das ist unglaublich gut. Mitner, sorry, ich musste vorhin so dick aufs Klo. Ich konnte nichts machen. Ich habe mich nur noch auf den Klogan konzentriert. Du hättest Mitner safen können, indem du einen Gleichstand gemacht hast bei den Votes, weil Flo heute nicht gevotet hat. Ey, das konnte ich nicht wissen, ahnen wann, ob der votet oder ob der nicht votet. Ich habe zu früh gevotet. Ja, aber wie gesagt, auch Mitner Flo hatte ich ja schon die ganze Zeit, von wegen, ich dachte die ganze Zeit, der wird es gewesen sein. Ich habe ihn auch die ganze Zeit gevotet. Ich habe diesen Fallstrick von Flo heute verfolgt und ich habe einen Imposter gevotet. Darf ich euch die Story dazu erzählen? Also, ich bin elektrisch tatsächlich gewesen. Ich war auch oben, habe ihn auch getötet, weil ich sagte, CMS macht einen Double Kill mit mir. Bin dann weggewendet. Sorry. Das habe ich so getan, als ob ich rausgelaufen bin wieder. Das durchgekommen ist. Da war ich in der nächsten Runde, bin ich wieder nach Elektrisch gegangen, habe wieder getötet, bin wieder im Band gewesen. Konnte aber nicht wegwenden, weil in beiden Räumen jemand gewesen ist. Weil ich so im Band, während reportet worden ist, bin wieder durchgekommen. Mitner, wir hätten das eher durchbekommen, wäre ich nicht aufs Flo gegangen. Ich habe in der ersten Runde gesagt, Mitten ist an mir vorbeigelaufen, hat ihn umgebracht. Keiner. Keine Runde hat mir, und keiner hat mir geglaubt. Ich schon, ich schon. Ich habe mir die ganze Zeit geglaubt. Das habe ich gekillt. Louis lag beim Reactor. Ich bin rein und denke, ich habe ja gar keine Aufgabe. Auf einmal sehe ich den Report-Button, bin aber genau in dem Moment wieder rausgelaufen, bin wieder rein, wollte reporten. Auf einmal kippt mich Mitten. Aber das war richtig gut gemacht, CMS. Das war nochmal richtig gut am Ende. Du hast da oben in Mad Bay gekillt. Und dann konnte ich das ausnutzen, dass du dann die, nein, dass du quasi dann, ich habe mich im Bett versteckt. Und dann konnte ich unten, dann konnte ich den Notfall machen, und die Elektriktion weiter holen. Ich habe auch gewartet, Sabotage. Hoffentlich macht das noch einer, dass ich nicht selber wieder drauf gucken muss. Ich habe auch Mad Bay immer sofort die scheiß Tür zugemacht, dass dort Jackie noch reingeht. Leute, wir müssen die Elektriktion gemacht haben, damit die nicht vote ever. So, jetzt ist immer dran. Ja, ich wollte doch sagen, wir wollten doch kurze Pipi-Pause machen. Du hättest nicht direkt rausgehen müssen. Ich bin doch noch nicht draußen. Ich kann auf Play Again gehen. Und wenn es doch drinne wird. Ja, auf Play Again. Wir warten. Wir stacken wieder. Ja. Alle Pipi-Pause sind gleich wieder da. Okay, damit starten wir jetzt die Runde. Warum ich das nicht wusste, dass es DM ist, die Runde war viel zu friedlich, und er war AFK. Ey, ich musste so dringend schiffen. Ich dachte, das kommt schon da raus, dass ich... Aber ich musste so dringend, dass ich hätte das nicht mehr aufgaben. Das ist egal. Das ist egal. Aber nachdem du halt AFK warst, war es nicht so ein Blutbad, wie die vorherigen Runden. Oder die zwei Runden danach. Ey, Flui, jetzt ganz schnell Runde starten, Emergency-Button drücken und dann immer noch rauswählen. Immer noch was? Ach komm, das können wir doch mal machen. Auf Spaß. Boah, ey. So dringend musste ich schon lange nicht mehr aufs Klo. CMS, du hast mit deinem Urin zwei Menschen ungebrannt. Ich hoffe, du bist stolz. Ja, ja. Das erinnert mich an der Anekdote. Ich bin auf dem S, äh, ausgerutscht. Ja, ja. Also ich habe das Gefühl, dass es durch die Schülsähe in den Nachbarraum in der Stadt leider Rubinato. Ich bin schon wieder da. Also ich werde nach der Runde, werde ich dann gehen. Okay. Was ist mit dir, Yuki? Wie lange machst du noch? Ja, bis 22 Uhr und dann ist auch Feierabend. Gut, das heißt also, das ist die letzte Runde, würde ich sagen, ne? Ja, mit den beiden. Ja, nee, aber wir können ja... Ich weiß ja nicht, wie deine Planung ist, von wegen, wann wir anfangen mit einem anderen Spiel und alles Mögliche, weil dann sind wir ja nur noch zu acht. Mhm.